Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die an einem Donnerstag und ich hoffe, ich bin diesmal richtig. Wir sind in einer neuen Folge und zuletzt kam hier so eine kleine Horde. Ich hoffe, das kommt jetzt öfters, weil so wie unsere Basis abgesichert ist, können ruhig öfters Zombies kommen. Keine Zombies, aber die Mitspieler wie immer, ihr habt ihn schon gehört, in Belcry. Jo, einen schönen guten Tag, hallo. Außerdem mit dabei da drin, das sieht aus wie die Seren Repudie. Hallo ihr Lieben. Und irgendwo, ich sehe nicht, den Jack Fleischhammer. Ja, ich mache hier, ja, Hallöchen, ich mache ein bisschen Pufu, nee, Grain Alkohol mache ich. Das ist gut, wa? Gut, gut. Ja, ich meine, haben wir unseren Gang eigentlich unten fertig gebaut, wo sie sich durch die Wand getackert haben? Der Fluchttunnel? Nee, der ist noch nicht fertig. Wo? Na, wo wir hier die Gitter gesetzt haben. Ich bin jetzt gerade noch mal in den Keller gegangen. Der hier? Nee, wann denn? Wie hätte ich den denn fertig bauen sollen? Hier kommen ja noch Cobblestone-Dinger rein. Naja, das wird noch eine ganz schöne Arbeit, plus die Mauer. Das wird schwierig, wa? Also die, 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 ähm... Wo ihr die Steine reinsetzen könnt, beziehungsweise die Rahmen, das ist ja schon soweit fertig. Ihr müsst halt noch die Rahmen da reinsetzen, ne? Haben wir noch Rappen-Repair-Kits? Nee, ne? Und steh' ich noch welche her, eben. Wo ging's denn eigentlich in den anderen Richtungen hin? In die andere Richtung geht's runter in die Mine. Hä, hier sind zwei Treppen übereinander? Ja, weil, ähm... Das ist abgedeckt. Ich hab das anders gegraben, dann. Ich hab den gegraben anders gesetzt und... Da hab ich dann die Treppen einfach rausgesetzt. Guck mal hier, dein Fleischhammer, unsere Bio-Boss ist hell. Boah. Da macht richtig hier Alarm. Da bist aber wach, du. Du bist hier Bio-View-Produktion? Mach hier, äh, Meth. Äh... Drei Gas-Cans und vier Fässer. Mehr waren da leider nicht an der Tanke. Aber das macht nix. Die vier Fässer geben nämlich... Dach-Esel. ...24 kleine. 24? Ja. Krass, das ist los. Kreicher, lass sie kreischen, lass sie kreischen. Meine Dingsfunktion. Ja, die sind doch schon eine ganze Weile draußen. Ich hör sie jetzt erst. Die ist aber nicht. Nee, gar nicht. Ich glaub, die sind weiter vorne. Die sind unter uns. Ja, die klopfen nämlich schon gegen die Wände. Ja. Genau. Komm, wir bringen mal Zombies hier an. Da ist sie nicht in den Stil. Da sind nicht nur Kreischer, da sind auch schon ein paar andere. Aber, naja, einer. Also, wie doof ist jetzt ein Arbeiten, der sich jetzt... Ich komm nicht um die Ecke rum. Doch, jetzt. Hab ihn. Wo sind die anderen hier drüben? Ähm... Oh, sind Biene. Nein, ich bin unten. Ich bin unten. Zombies, aber... Äh... Hello. Oh, shit, ich bin unten. Du Blöds. Hast du einen Shotgun? Dann machst du keils sonst. Nein, hab ich nicht. Du blödes Vieh, jetzt bleib mal stehen. Oh nein, da ist noch einer von hinten gekommen. Oh, die matschen mich ein, die schlagen auf mir rum. Ja. Schweine. Soll ich dir zur Hilfe kommen? Dann springe ich runter eben. Irgendjemand hat mich schon gerecht. Ja, ich hab dich gerecht. Ich springe mal runter eben. Ich bin ja... Oh, shit, sind das viele hier. Ja. Okay, das waren... Boah, ich dachte, ich hab nur 3, 4 gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mitten von 20 Zombies lande. Ja, die haben Blut geleckt. Das ist wie so ein Hai. Wenn du ins Wasser tropfst, dann ist es vorbei. Verdammte Axt, ey. Wie so ein Piranha. Wir haben einen 3, 28, dann nochmal runter zu fliegen, weil der Selbstmord war. Ja, das macht nicht viel Sinn, ja. Lass uns lieber in den Rucksack bleiben. Wenn da sind viele im Wasser, leck mich am Arsch. Ich glaube, ich hab durch die Feuer lock ich die an. Haben wir noch eine Shotgun? Nee, haben wir nicht, ne? Nee, haben wir keine. Und eine Biene auch. Tja, ich sehe nicht wie. Ich habe ja gesagt, wer schubst mich denn hier? Lasst uns Gitter dahin machen, aber wolltet ihr ja nicht. Ja, das ist nicht so. Wenn wir Gitter dahin machen würden, könnte man nämlich durchs Wasser schießen. Ja, dann machen wir statt Burgmauern mal nächstes Projekt Gitter. So, ich habe einen Eil und Klapp. Soll ich mal runtergehen und das klären? Ja, ja, mach mal. Das ist dir schon klar, ne? Rohn nur freies Feld, im Wasser ist scheiße. Kommt her. Wer ist der lang gelogen? Laufst du da echt lang? Ja. Wieso denn das, wie jetzt? Weil er irgendwo ist. Oh, nein. Ich dachte, ich könnte es mit der Keule klären, aber das war irgendwie dann doch gut. Also, wenn wir hier Eigenbars hinmachen würden, wo ich gerade stehe, das wäre super. Was? Die Keule schießt nicht schnell genug. Ich habe es mir schon verstanden. Die Schussfrequenz der Keule ist zu langsam, ja. Gut, es war eine Selbstkontaktion, aber wie viel ist denn meine Wellness? Machen wir nicht nochmal, ne? Das ist gut, ne, machen wir nicht nochmal, aber 55 ist dann nur langsam blöd. Was geht denn hier gerade? Hey, guck mal die hoch rein. Wo hast du gerade? Nein. Was machst du denn? Weiß ich nicht. Mach mal schnell Tag. Mach mal schnell Tag. Ich würde da nicht bohren. Ich würde da nicht bohren. Ah. Ich bohre hier gerade Schießlöcher. Wo denn? Unten. Wo kann ich denn durchschießen? Ach so, okay, verstehe. Oh, du warst jetzt gleich. Wir haben nichts mehr zum Ballern, ne? Was wird es nah? Neun Millimeter oder sowas? Klar, kein Problem. Da komm ich jetzt runter, ist er noch zehn Schuss drin. Du bist da unten? Nee, ich bin hier bei Red Cry, jetzt bin ich hier an der Hütte. Oh, das war das, aber nun. Boah, die Frames wollen gerade weg. Ja, ja, bei mir auch. Bin hier, hier, hier. Nee, ich brauche immer, ich muss nur Munition machen. Ich kann dir geben, hier, 85 habe ich. Was, 85? 7,62. So, nee, ich brauche keine 7,62. Nein, ich brauche neun. Ja, neun Millimeter, ich habe hier eine Knarre noch. Und die jetzt bohrt, nee, habe ich. Ach, hier ist sie noch, hier ist sie noch. Jetzt bohrt sie noch weiter. Sag mal Doppel-X, äh, E. Ja, und? Habe ich. Ah, da hast du Mun, wunderbar. Sehr gut, vielen Dank. Ja, viel ist nicht, ne? Eigentlich schritt man fast runter, ne? Ja, 6.50. Okay, ich bin unten. Wir rennen jetzt nicht mehr. Nein, 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 nein. Ich will dich nochmal schärfen. Ach, nein, 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 nein Ach, hier sind die, ähm... Boah, verjagt mich doch nicht so mit mir. Wollen die Fresse geschlossen, bam. Ja, der hätte auch nicht viel gefehlt, muss ich sagen. Einen Rucksack? Da sind immer noch welche. Irgendwo ist ja mal ein zweiter Rucksack von mir. Oh, der ist ja drin in der Höhle da. Oh, hier ist ein Kotzer, glaube ich. Wo? Oh, alle. Doppelschlag hatte mir. Das hatte ich gerade angehört wie ein Kotzer. Eigentlich, äh... Eigentlich sind die nur in diesen Spezialhorden. Aber irgendwo ist hier noch einer. Aber wo war der, mein anderer Rucksack? Der muss mitten im Wasser gewesen sein. Vielleicht habe ich mich auch gerade gehört, aber es hat die andere auch schon Kotzer. Guck mal, was war das? Hier ist da noch irgendwo ein Spider-Zumby. Ach, ich sehe ihn. Oh, cool. Ist hier auf... Ach, der war der dazwischen oder was? Ja, halb hoch da, wo ich hinleuchte gerade. Ah, okay, ja, ist klar. Oh, ich habe meinen Kram wieder, sehr gut. So, irgendwo liegt hier noch ein zweiter Rucksack von mir. Ja, hat man ja einen Rucksack rumliegen sehen? Moment, ich habe jetzt zwei Sniper. Dann war der eine wahrscheinlich dir. Ja. Kriegst du gleich... Kannst du mal eine Sniper geben? Ja, kleinen Moment. Irgendwo muss noch ein Rucksack von mir liegen hier vorne. Nee. Okay, raus. Komm, wir gehen aber an Land hier drin zu tauschen im... Innen-Unterwasser. Ah, da ist er. Hier liegt einer. Ja. Das muss da einer sein. Das ist die Stahlkeule, die ich jetzt nicht mehr aufnehmen kann. Fuck. Erde weg. Ja, aber ich brauche auch eine. Also, ich habe keine mehr. Ja, ja, ich habe zwei. Ach, jetzt. Wir gehen ins Licht, da sehen wir wenigstens, was wir dealen. Tja, das nimmt sich nicht viel. Sniper. Bikeklapp. Ja, das reicht einfach. Tretmine. Nein, du... Ich habe noch eine Mine von... Also, die waren... Also, wenn ich jetzt hier weiter bohre, dann geht hier... Dieses Holzding geht hier verloren. Diese Holzstütze, die ihr da hingesetzt habt. Wo bist du denn? Ich bin unten im Keller. Ich habe doch mit Minen nichts zu tun, Minias. Wie kommst du darauf, dass es meine sein könnte? Ja, ja. Das ist der Name auch Minias. Schüsste? Ja, genau. Ne? Ich höre sie knattern, aber ich sehe sie nicht. Das macht ja nichts. Ich bin in der Hütte. Ach, du bist oben, okay. Jups. Ich komme hoch. Yo. Ich gehe jetzt auch mal wieder durch unseren tollen Tunnel, den wir da haben. Der ist richtig schön, muss ich sagen. Der Woodframes ist dabei. Ich auch. Lass mir. Lass mir Ruhe. Mann. Will mir selber helfen. Ja, Hilfe zur Selbsthilfe. Ach, shit. Genau. Können wir dich über die Straße bringen, Jackie? Oder womit hast du da gerade ein Problem überhaupt? Sag mal, wir haben nicht mehr genügend zu essen. Kann das sein? Na, wir haben Fleisch. Fleisch ist doch genug da. Ja, ja. Du, wir haben 53 oder so Schwein. Ich habe Schwein, habe ich eben geholt, ganz viel. Und hier habe ich mir sieben Dings gemacht. Ich muss nämlich essen ganz viel. Wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht von der PETA angeschrieben werden. Ja. Bei so viel Schwein. Stimmt, wir haben auch nichts zu essen da eigentlich. Ja, wir müssen es nur mal zubereiten. Ja, ich kenne ja jemanden, der kocht Mess im Keller, anstatt was zu essen. Nee, deswegen habe ich mir auch eigene Feuer gemacht hier. So wie ihn, wenn ich jetzt hier gässe. Das ist auch eine sehr gute Idee, dass wir eigene Feuer gemacht haben. Haben wir noch übrig? Von diesen, ähm... Wir haben kaum noch, wir haben gar keine Eier mehr. Ob ich vielleicht mal los, Tiger und, äh... Versuche, Mäste zu finden? Nein, die habe ich gerade eben eingekocht. Meine Taschen sind jetzt echt mehr als voll. Ich packe jetzt mal wieder ein paar Waffen hier rein. Wie eingekocht? Was machst du denn mit den Eiern? Oder wo kochst du? Ich habe viele Eier gekocht. Achso, okay. Ich habe noch fünf. Ich kann dir was davon abgeben. Nee, nee, ich habe welche. Ich habe welche. Das ist kein Problem. Nur ich sehe jetzt gerade in Campfire nichts. Nee, die hatte ich rausgenommen gerade eben. Jackie. Ja. Früher hast du doch immer so einen Spaß an der SMG. Ja. Aber ist nicht mehr, wa? Wieso? Nee, nee. Nur so, ach so, vor die Hoffnung. Ich sehe schon Augenflirr. Ja, ich jetzt. So, was, SMG? Hast du irgendwo SMG? Ich wollte mal die Weapon Repair jetzt hier wieder ran. Hallo? Ja, kannst du, kannst du. Geh ran. Ja, so, so, so. Minias, hast du vielleicht ein paar Heilbandagen über? Weil ich glaube, da waren, ähm, musst du jetzt wahrscheinlich auch doppelt viele haben. Ich habe alles nicht mehr. Nein, einmal habe ich nicht. Du müsstest alles von mir aufgenommen haben. Also, hier, Tabletten kann ich dir ja noch ein Teil geben. Zwei reichen, zwei reichen Pan-Killer, ne? Ja, ja, nimm die hier drin durch. Ich habe jetzt noch eine. Ich brauche gar nicht so oft Tabletten. Also, eigentlich brauche ich die ja gar nicht. Aber ich muss noch eine nehmen, warte. Hatten wir hier in diesem Spiel schon eine Wüste gefunden oder hatten wir hier keine Wüste gefunden? Ich glaube, eine Wüste hatten wir noch nicht. Wegen Jucca aufsammeln, dachte ich mir so. Weißt du? Ja, nee, Jucca haben wir, aber müssten wir irgendwo haben. Die haben wir nämlich an den Häusern gefunden. Oder sind alle schon verbraucht? Ja, da gehe ich von aus. Da findest du ja jetzt auch nicht so... Federn haben wir genügend. Nee, eine Wüste haben wir hier noch nirgendwo gefunden. Dieser grüne Spritz sieht geil aus. Finde ich wirklich gut. Nee, haben wir nicht mehr. Nee, nee. Uff, okay. Leather haben wir ohne Ende. Aber die Klamotten verliert man ja nicht mehr, wenn man stirbt, ne? Nee. Nee, man hat ja alles noch an. Das finde ich aber sehr schön. Ich habe eine Shotgun, die muss auch die gewesen sein, weil ich habe nur eine. Fünfte... Nö, ich habe mir eine neue gequaffet. Nimm mal. Ich habe mir eine neue gequaffet. Dann pack ich sie in die Waffenkiste. Den nehmen sie doch. Nee, ich habe ja eine Rifle. Rifle? Aber in der Metall ist so schon überfüllt, da brauche ich nicht noch einen Shotgun. Oh, wir haben eine Waffe, ja. Stimmt. Hast du reingepackt? Weil ich will auch noch was reinpacken. Waffen. Ja. Neun Millimeter, die behalte ich. Oh, die kommt erst mal ran. Ich repariere mal. Das braucht auch mal eine Kiste. Wenn ihr kaum Rohr hat, wisst ihr dann eher bei der Bände, ne? Ja, nur auch so, ich freue mich, so entspannt, wo ist das? Ja, sagt schon. Was soll ich sagen? Ihr unterhaltet euch doch und ich bin beschäftigt, also. Da kann ich ja gerade nicht so sagen. Tee kann ich da noch reinpacken. Ich könnte mich nochmal auf die Suche machen nach... Einmal durch das zerstörte Biom durch. Oh nein, oh nein. Vielleicht ist auf der Rückseite eine Wüste. Da war ich nämlich noch nicht. Ja, klar. In dem ist ja keine Stadt, in dem Biom. Also in dem zerstörten Biom ist keine Stadt. Weil dann könnte ich mal nach Doka gucken vielleicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ach doch. Ich habe doch von hier ganz viele Short-Iron-Tibes gesehen. Da oben. Ja, die unten nimmst du leckert. Ja. Die nehme ich jetzt mal raus und mache mal von diesem... Hier, woher? Frame. Irgendwas. Nee, Metal... Ich möchte nur noch Fast-Eight-Kid nehmen. Metal Trussing. Jetzt bin ich irritiert. Das Metal Trussing hat ja sowieso ein Kreuz. Und was habe ich da oben gesetzt? Ein Fast-Eight-Kid? Ja, nehme ich gerne. Ich gehe jetzt oben in die... Aber nee, nee, nee. Wann mal. Nee, nee. Das hilft mir nix. War meine Work... Nee, stimmt. Meine Wellness ist ja unten. Meine Welch Wellness ist ja ganz unten. Und deswegen bringen wir das ja nix. So, haben wir hier irgendwo einen Kochtopf. Alles klar. Ich habe doch irgendwo noch so ein... Was ist denn das? Hä? Das klingt so matschig. Ja, ich habe mir gerade Blut entnommen. Metal Trussing. Das sind die da oben, oder? Die ich da oben hingeklebt habe. Ja. Na gut. Metal Trussing. 14 Stück. Weil ich werde jetzt mal einen Überhang machen um unsere Mauer rum. Beziehungsweise durch das Metal Trussing kann man ja durchschießen, richtig? Richtig. Ja. Dann werde ich mal die Frau unterstützen, die Sachen da unten zuzumachen. Was machst du da? Eisenabstrahl. Was ist das anhört? Die macht einen Krach hier. Die rumpelt richtig. Tag. Tag. Die steht hier mit dem Bohrer. Die hat jetzt... Die hat einen halben Berg weg. Also wir hatten Angst, dass uns die Zombies das in einem Arsch wegräumen. Da werden auch keine halben Sachen gemacht hier. Nee. Warte mal, ich habe Eisenträger. Warum machst du jetzt da so ein Ding? Ja, weil hier unten, ich will das nur abstützen, dann kann ich nämlich den Rest da oben auch wegklopfen, weil wenn ich jetzt den Stein da weghaue, dann kommt das Ganze, kommt euer hier, weißt du, das Ding da runter. So, dann flitze ich da gleich mal schnell durch. Geh mal fort da. Geh mal fort da, Alter. Die ist total irre. Die ist total irre. Quatsch. Die hat uns jetzt... Weißt du, am Anfang hieß es in den Kommentaren, die Zombies werden nicht den Berg aushöhlen, ihr werdet schon sehen. Nee, dann nehmt die, macht das. Da brauchen wir keine Zombies. Das stimmt. Die hat ein Riesenloch, den müsst ihr euch mal angucken. Ja, und wir wollen doch da unten im Wasser wollen wir die Zombies töten. Ja, 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 ja. Und dafür müssen wir das machen. Also. Maul Paul, ich geh jetzt. Lass mich mal machen. Dickies. Ja, ja, ganz ruhig. Brauch. Ja, komm, voll mit 20, dann lass ich die Kartoffeln hier. Jack, hast du was zu tun? An Craften, meine ich? Ja, nee. Warten. So, machen wir mal hier raus bitte Stickies. Habe ich jetzt hingeworfen, die Dachlatten hier auf dem Boden. Aha. Also die Metal-Charge sind braun ewig. Dachlatten. Ansonsten habe ich noch mehr. Ich würde eh sagen, wir machen dann gleich... Ah, hier mach mal einen schönen Eingang hin. Das sieht er mal. Also ich habe hier fünf First Aid-Gefüge, um den Boden zu hängen, ja? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das Spring des First Aid-Gefüge reinzutragen. Für alle anderen nochmal. Ach, für mich nicht, ja? Auch. Nee, du brauchst keine. Welker, hast du den Woods Bike Club? Jo, habe ich. Bike, Wood, Club. Du hast einen, okay. Die da hinten im Wasser sind tot, aber einer muss im Wasser noch sein. So, okay, pass auf. Dann versuche ich mal, die andere Seite von dem Biom zu erreichen, ja? Mhm. Griff, bevor es dunkel wird. So. Und ich hoffe, dass da irgendwie Wüste ist oder sowas. Das wäre ganz cool. 53 cool. Und dann würde ich Yooka mitbringen. So, dass ich fühle, dass die Wüste ziemlich selten ist, weil seitdem wir hier random spielen, wir können mehr hier sehen. Ja, das ist, ja, stimmt. Hast du recht. Sag mal, Becker, du hattest ja hier angefangen, die Mauer in der Außenhaut zu bauen. Du hast da unten gesetzt, das sind aber... Ah, nee, sind Cobble Zone Frames, okay. Ja, das sind alles Cobble Zone Frames. Aber wir bräuchten wahnsinnig viel, ne? Also, vor allen Dingen alles ganz nach unten, ne? Und... Ich hab noch eh ne Gascan jetzt hier gemacht, schon, ne? Die Front würde ich ganz gerne offen lassen, allein wegen dem hübschen Sonderuntergang. Scheiß drauf, dass Zombies reinkommen, weil der Sonderuntergang muss ja haben, ne? Ja, so. Ne, ich werd jetzt da unten, ich werd jetzt die Cobble Zone Frames, die ich jetzt herstelle, werd ich dafür nutzen, da unten diese Kielscharten auszubauen. Man sollte vielleicht wie so'n, wie so'n kleinen Kabuff machen, dass man halt auch ein bisschen mehr nach außen von der Wand wegkommt, weißt du? Dass man auch links und rechts hinschießen kann. Also nicht nur einfach ein Loch. Meine Rede, aber es hört ja nie einer auf mich. Denkt ja nur jeder, die doofe Tussi hat sich schon wieder'n Mund aufgemacht. Echt. Also, wenn's... Warte, 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 lass doch den Berg da, das langt doch. Also, wenn's nur um das Absichern des Berges geht, würd's ja reichen, wenn wir die unteren drei Reihen einfach verstärken. Ja, 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 das stimmt. Du willst ja ne durchgehende Wand haben. Das war nur der Objekt... Jetzt macht's wieder zu. Das macht doch zu, damit das gestürzt ist. Willst du, dass es einstützt? Da oben stehen doch überall... Wooden Frames. Nein, 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 ich hab jetzt... Ich versteck das jetzt hier. Ich mach jetzt hier... Nein, 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 nee. Nein, ich will doch hier ne Schießscharte reinbauen. Nein, du willst da jetzt erst mal gar nix reinmachen, weil wir müssen nach unten. Wenn die Zombies kommen, stehen die unten. Und wir stehen oben. Und da stehen wir ganz schlecht. Ja, ja, das weiß ich. Also, müssen wir hier unten stehen. Das heißt, wir müssen hier Stufen bauen. Und... Genau. Ja, pass auf. Ich hab jetzt Couples von Frames dabei. Ja, geh weg. Willst du die ganz unten, die jetzt da drin sitzen, willst du da auch durchschließen können? Da kommen Iron Bars hin. Okay, hab ich dabei. Hier ganz unten und hier oben. Und unter diesen Wooden Frame würde ich ganz gerne ein Cobblestone machen, damit die es schwerer haben, um es da durchzuschlagen. Pass mal auf, ich komm mal von außen und zeig dir mal, was ich vorhabe. Und zwar, ich will wie so eine Beule machen nach außen, dass man nach links und rechts ausschließen kann. Okay, das ist eine gute Idee. Ja, wie so ein, wie so ein, was soll ich das sagen? Ich weiß, was du meinst. Dass das nach außen sich rauswölbt. Dass man praktisch, wie so ein Eingangsbereich von der Festung oder so, dass man halt links und rechts auch schießen kann. So eine Plattform, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Dass man halt ein Loch hat, wo man rausgeht und... Ja, okay, das ist ja eine sehr gute... Pass auf, dann machen wir das so, dann machen wir das anders. Dann hab ich da so eine Idee. Gott, ich hab schon Angst. Der Bohrer geht an. Ich hab da so eine Idee. Der Bohrer ist an. Genau, okay, das höre ich ja hier nicht mehr. Ich bin ja schon, wer weiß wo. Bin ich froh, dass hier gerade keine Hunde sind, du? Dann setze ich da nochmal einen unter Wasser. Hast du, hast du Frames? Kann ich die, wenn ich die Eisenframes setze, kann ich die auch wieder wegnehmen? Die soll ich nicht. Komm her, ich setze erst mal... So, auf jeden Fall, gell? Ich setze erst mal wooden Frames. Die kannst du dann... Ich übernehme jetzt mal die Rolle von Frau Serendipity. Ja. Ach ja. Und weine darauf hin. Genau, das ist eine... Hallo, jetzt hast du mich hier eingeschrieben. Ja. Und man kann die Dinger nicht mehr wegnehmen. Du bist ja gerade in deiner Idee gefangen. Du kannst dich ja gerade gar nicht darum kümmern. Ja, jetzt kann man sie nicht mehr wegnehmen. Das ist echt doof. Also, wir sind am Ende einer Folge. Wir werden in der nächsten Folge ausklarbüsern, wie wir hier diesen Schießschartenkäfig machen. Ach man, echt. Jetzt muss ich die Frames... Ach, das wirklich. Ich muss die Frames jetzt kaputt machen, weil du die da gesetzt hast. Ja, richtig. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder von Serendipity. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns am... Hm, wieder. Samstag wieder? Ja? Nee, am... Ja, doch Samstag. Doch, heute ist Samstag. Genau, genau. Und dann werden wir das schon irgendwie absichern, dass sie uns dann nicht ständig an den Bergrand klopfen. Da oben schwebt übrigens noch eine Biene. Das regle ich mal ganz kurz, um noch ein bisschen Zeit zu schinden. Da musst du nur hinschwimmen, die ist tot. Die ist sowieso tot, ja. Sag ich ja. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Seven Days to Die wieder, wenn wir noch ein bisschen dran der Festung basteln, die so langsam entsteht, noch ein bisschen löchrig aussieht, aber immer besser wirkt, wie ich finde. Dann, bis zur nächsten Folge von Seven Days to Die. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.